Hallo, ich bin Sarah Strauss, 21 Jahre alt und die Amtierin im Miss Bremen 2017. Ich bin darauf gekommen, bei Misswahlen mitzumachen, weil ich das schon immer wieder verfolgt hatte im Internet. Leider die Fristen sehr oft verpasst habe. Dieses Jahr habe ich es einfach dann geschafft, vier Tage vor der Wahl, sehr spontan und habe auch spontan gewonnen. Ich bin Sumba-Instruktor und spreche fließend Spanisch, dadurch habe ich meine Leidenschaft entwickelt für das Spanische, bin auch sehr offenherzig und mit Lebensfreude durchblutet, ja, das ist so meine Geschichte. Ja, hi, ich bin die Alexandra Robović, bin 18 Jahre alt, bin aus Hannover und die Amtierin im Miss Niedersachsen. Mein Name kommt aus dem Serbischen, meine Eltern sind beides Serben. Ich bin aber in Hannover aufgewachsen und dort geboren und bin also eine richtige Ranoferanerin. Hier im Miss Germany Camp habe ich mir schon einen zweiten Titel angeeignet. Ich bin die immer hungrige und die verfressendste Miss. Aber damit man das nicht sieht, tanze ich gerne und treibe dementsprechend viel Spaß. Hallo, ich bin Johanna Wilhelmine Niedel. Ich bin 18 Jahre alt und die derzeit amtierende Miss Mädchenburg-Vorpommern. Und das Lustige war, auf meinem Profilfoto bei Facebook war ich mit meinem Freund zusammen drauf. Und dann hat diejenige, die das auch mit organisiert, die ganzen Wahlen, die Teilnehmer sucht, gesagt, Mensch, kommt mal beide zusammen. Und dann sind wir beide da hingegangen und ja, das ging dann auch eigentlich recht schnell. Im Endeffekt bin ich dann die Miss Mecklenburg-Vorpommern geworden und er ist nur Zweiter geworden. Aber ihm hat das ausgereicht, also er war vollkommen zufrieden damit. Und dann bin ich dann die Miss Mecklenburg-Vorpommern.